willkommen zu einem ganz besonderen review oder vielmehr vergleich denn heute geht es ihr seht vielleicht schon neben mir um gleich drei monitore mit dabei ein modell mit 4k ein modell mit usb type c und ein monitor für gamer spieler nennt es wie ihr wollt preislich auch so ziemlich alles dabei von 400 bis knapp 1000 euro schauen wir doch also mal welcher der drei 27 zoll monitore hier am besten abschneidet los geht's einfach in alphabetischer reihenfolge mit dem benq xl 27 35 das modell teilt sich mit allen anderen drei testkandidaten die ich euch gleich nach vorstelle ein paar ausstellungsmerkmale unter anderem mit dabei neben der obligatorischen bildschirmdiagonale von 27 zoll ein höhenverstellbarer standfuß mit pivot funktion sowie jede menge eingänge displayport hdmi findet ihr bei all den drei monitoren zum anschluss jetzt aber zum paar speziellen dinge vom benq monitor natürlich wer sich jetzt zum beispiel fragt ist der matze da mit dem farbeimer ausgerutscht das sieht jetzt ein bisschen gelbstichig aus leider nein das benq modell setzt als einziges im testfeld auf ein tn panel das muss man erklären der monitor richtet sich primär an spieler mit 750 euro ist es eigentlich auch ein relativ normaler preis für so ein gaming monitor mit wqhd auflösung das tn panel hat formell den vorteil dass es relativ schnell ist auf jeden fall schneller als gewöhnliche ips panel nach der seite schon die blickwinkel stabilität ist nicht wirklich gut von der seite wird es immer sehr schnell gelbstichig von oben und unten kennt ihr vielleicht von vielen anderen monitoren kippen die farben einfach teilweise negativ über das heißt blickwinkel stabilität nicht wirklich gut beim benq xl 27 35 dafür gaming tauglich ja ist er auf jeden fall ist auch als einziger monitor im testfeld mit 144 hertz für sehr sehr schnelle bildwiederholraten tauglich worauf benq leider verzichtet das ist so eine verschlimmbesserung gegenüber dem xl 27 30 den quasi vorgänger das ist die integration von einer display synchronisation zum beispiel amd freesync oder nvidia g sync was das macht ganz grob und schnell beschrieben wenn der pc der dahinter steht oder das notebook nicht die 144 bilder liefern kann was bei spielen ziemlich oft der fall sein sollte zumindest bei etwas aktuelleren wird das display nativ mit den 80 90 100 was auch immer bildern pro sekunde angesteuert und läuft nicht immer mit 144 bildern pro sekunde was einfach ein paar negative effekte noch beseitigen kann unter anderem tiering das heißt ihr habt brüche im bild mit drin dazu aber vielleicht später mal mehr in einem extra video kurz und zum menq hat man hier drin leider vergessen was ich bei einem gaming monitor im jahr 2017 der auch ganz speziell mit 144 hertz ausgelegt ist sehr sehr schade finde auch nicht wirklich gut und für mich ist schon wirklich der größte pferdefuß noch viel wichtiger eigentlich als das tn panel drin was eben für nicht eine ganz so schöne bildqualität sorgt dafür ist es aber eine echte helligkeitsbombe mit 411 candela pro quadratmeter gemessener helligkeit strahlt wirklich das komplette zimmer aus wenn ihr nachts damit mal spielen wollt ihr könnt natürlich auch sehr sehr weit runter regeln für leute damit fotos oder videos bearbeiten wollen es gibt zwar ein modus nennt sich zum beispiel bild allerdings hat er mit foto bearbeitung nicht wirklich viel zu tun das heißt wer wirklich damit was etwas professioneller machen möchte müsste den monitor schon kalibrieren ich habe euch in die video beschreibung einfach mal das setting reingepackt was ich hierfür gewählt habe ich weiß allerdings nicht wie homogen die panels sind die benq da verbaut das heißt ob ihr mit den gleichen einstellungen da zum wirklich guten wert kommt aber zumindest was die gamma einstellungen tätigkeit angeht sollte das ganz grob in den bereich sein den ihr wahrscheinlich braucht um damit fotos nach srgb standard bearbeiten zu können trotzdem wenn man es kalibriert ist es ein toller monitor fürs gaming klar auch abseits der beschriebenen nachteile die wir da schon hatten insgesamt wäre es aber nicht mein favorit da ist wirklich nur eine ganz ganz schmale zielgruppe adressiert wo eben die 144 hertz dauerhaft durchlaufen die leute denn beim spielen auch ein bisschen auf die qualität verzichten können oder wirklichen high end rechner haben für alle anderen die sage ich mal so einen durchschnittlichen monitor brauchen der sowohl zum spielen als auch zum foto bearbeiten und so weiter und sofort geeignet ist da haben wir jetzt vielleicht zwei bessere vertreter deutlich besser gefallen hat mir da schon der iso ev 2780 sollte er auch denn mit 1000 euro das teuerste modell im testfeld wer sich jetzt denkt naja das würde den wenigsten der 4k monitor sein leider nein auch der iso ev 2780 bietet nur wqhd auflösung also 2560 x 1440 pixel hat dafür aber ein sehr sehr schönes ips panel wie ihr auch schon sehen könnt auch wenn man so ein bisschen seitlich stellt habt ihr da noch irgendwie keine farbverläufe auch von oben unten gekippt was auch immer sehr sehr blickwinkel stabil und was mir als foto bearbeiter video bearbeiter sehr gut gefallen hat der 2780 kommt mit einem abwerk vorkalibrierten srgb profil daher ich habe es eingestellt und die abweichungen sind wirklich minimal zu dem was man bei srgb haben möchte das ding eingestellt und ihr müsst den monitor eigentlich nicht kalibrieren das sind minimale unterschiede die es da noch gibt also auf jeden fall daumen hoch schon mal für iso dafür dass man wirklich an fotografen filmer was auch immer gedacht hat wenn ihr fotos bearbeiten wollt stellten einfach auf srgb fertig aus spielen könnt ihr auch damit und das größte highlight am monitor hat man da noch gar nicht angesprochen und das ist noch nicht mal der wirklich dünne rahmen da hat also mittlerweile ein paar mehr davon sieht aber trotzdem sehr sehr schick aus nein hier geht es um usb type c wer sich ein bisschen auskennt in der technikwelt weiß dass es aktuell so einer der ganz großen trends oder vielleicht sogar der große trend wenn es um anschlüsse geht vorteil ist usb type c ermöglicht nicht nur die übertragung von usb signalen sondern auch so ziemlich allem anderen in den sogenannten alternative modes wird hier auch genutzt und zwar für displayport und damit kann man dann eben auch videosignale an den monitor schicken gleichzeitig aber das ganze auch für usb nutzen und zum laden das heißt wer zb ein notebook hat was über usb type c geladen werden kann zb neuere dell notebooks neuere macbooks kann das hiermit machen nachteil wenn der monitor mit 30 watt laden soll was ich schon braucht damit zumindest die ladung halbwegs erhalten bleibt und vielleicht ein bisschen strom in den akku rein fließt wird die helligkeit sehr sehr stark reduziert ihr könnt allerdings auch einen 15 watt modus nutzen also mit halber ladeleistung was sind für smartphones und tablets ausreichend wäre da könnt ihr dann auch die volle helligkeit von immerhin bis zu 370 kandler pro quadratmeter nutzen der monitor ist wie zu sehen also auch noch ziemlich hell ja es ist schon ein bisschen erstaunlich der günstigste monitor im testfeld ist auch der einzige der 4k zu bieten hat also eine noch mal deutlich höhere auflösung empfehlenswert übrigens in dem zusammenhang ein aktuelles betriebssystem sei es die aktuelle mac usx version oder windows 10 mit anderen betriebssystem macht erfahrungsgemäß das arbeiten an 4k displays nicht so viel spaß war einfach die skalierung nicht so ausgereift ist wie in aktuellen system jetzt aber wieder zum monitor zum lg 27 ud 58 so heißt er bei lg ganz spannend es gibt fast alle monitore immer in zwei versionen zu kaufen so auch hier es gibt einmal die version mit dem p hinten dran was einfach für pivot steht heißt aber auch ihr habt einen gänzlich anderen standfuß sehr schön höhenverstellbar der monitor so wie alle drei anderen modelle und eben auch um 90 grad nach oben drehbar für die pivot funktion kostet im schnitt so 30 bis 50 euro mehr wenn ihr sagt brauche ich alles nicht mehr recht auch normaler standfuß bekommt es eben 30 bis 50 euro günstiger habt ein bisschen geld gespart kann sich also jeder entscheiden wir haben jetzt hier die bessere version im mit entsprechenden standfuß dabei auch spieler dürfen sich übrigens freuen lg integriert in den monitor amd freesync das heißt die display synchronisation die ich ja beim mqs ein bisschen bemängelt habe dass sie dort fehlt hat lg hier auch noch mit in sein modell hinein gepackt schnürt damit also ein ziemlich rundes paket für leute die sich für seinen monitor interessieren in sachen bildqualität hinterlässt der monitor aber auch einen guten eindruck hier verbaut ein ips panel das ist bei 4k mittlerweile auch so fast standard geworden gute blickwinkel dementsprechend seht ihr auch schon so ein bisschen von der seite angestellt wenn auch nicht ganz so farbstabil wie der eisomonitor aber ich sage mal da gerade mal die hälfte kostet sogar noch ein bisschen weniger geht das soweit eigentlich in ordnung helligkeitsverteilung oder die bildschirm homogenität auch top das heißt da macht ihr prinzipiell erstmal nichts falsch was mir fehlt bei dem modell ja das ist ein bildprofil das dem srgb standard irgendwie nahe kommt das heißt die leute die fotos bearbeiten wollen videos bearbeiten wollen müssen hier eher zum kolorimeter greifen den monitor selber einmal kalibrieren dann passt soweit out of the box gibt es leider wirklich nichts wo man sagt okay das kann man einstellen und später wenn ich es irgendwo drucken lassen oder so sieht es halbwegs so aus wie auf dem display das hat lg leider nicht mehr in den preis mit reinbekommen insgesamt aber trotzdem ein sehr sehr gutes rundum paket das man da geschnürt hat 4k mit drin ips panel mit drin gute bedienung für 450 euro auch noch ein sehr flexibler standfuß da kann man eigentlich nicht meckern der lg ist deswegen auch meine persönliche empfehlung oder mein gewinner des vergleichs denn er bietet eigentlich ziemlich interessante fakten und das zum sehr fairen preis nehmen wir mal das etwas bessere modell also die p variante hiervon ihr habt einen echt guten standfuß der also im bereich ergonomie schon mal so ziemlich alles abdeckt das man heute haben möchte höhenverstellbar pivot funktionen neigbar alles mit drin 4k integriert freesync ist integriert man kann ihn wenn er dann mal kalibriert ist durchaus auch zum bild bearbeiten nutzen oder zur video bearbeitung das heißt ihr habt da wirklich ein schickes paket auf der anderen seite der iso ist ein toller monitor allerdings wirklich sehr sehr teuer dafür was du bekommst zumindest 4k sollte für 1000 euro bei 27 zoll heute schon drin sein der ben q naja ich habe mich am anfang ziemlich ausgelassen was mich da so alles stört deswegen wenn ihr keine hardcore gamer seid würde ich wahrscheinlich wirklich lieber zum lg greifen da bekommt ihr aktuell das meiste fürs geld geht